Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Heute würde ich mal sagen eine kleine Premiere, denn zum ersten Mal berichte ich über Filter und hier gleich ein ganzes Filterset. Die Firma K&F Concept, ich zeige das hier einmal kurz in die Kamera, hat mir ein kleines Filterset zur Verfügung gestellt, extra für diesen Beitrag hier. Und das möchte ich euch gerne vorstellen. Ein Filter war für mich bis jetzt immer so eine Notwendigkeit, so eine lästige, weil ich habe ja nicht mit der Fotografie, sondern mit der Videografie angefangen. Und da ging es halt nur darum, meine Belichtungszeiten einhalten zu können. Das heißt Graufilter, ND-Filter, mit denen ich dann gearbeitet habe, wie gesagt, um meine Belichtungszeiten einzuhalten. Jetzt geht aber auch immer mehr bei mir die Fotografie und das auch schon seit einigen Jahren. Und natürlich habe ich auch Filter benutzt, aber es waren eigentlich immer nur zwei Filter, mit denen ich gearbeitet habe. Und deswegen finde ich das Konzept, was K&F jetzt hier präsentiert, mit einem Magnetfiltersystem, eigentlich ganz gut. Da sind genau die Filter drin, mit denen ich auch meistens dann arbeite. Kommen wir jetzt erstmal zum Produkt selber. Dieses Preis ist natürlich immer das Entscheidende, liegt hier, ich zeige das hier an der Seite, seht ihr das, sind so vier kleine Filter, beziehungsweise Produkte hier in dieser kleinen Tasche, sage ich auch gleich was noch zu. Und das Ganze liegt so um die 100 Euro. Je nach Filterdurchmesser bezahlt ihr um die 99 Euro, manchmal auch 120 Euro, aber das verlinke ich euch unten alles. Vielleicht fallen die Preise ja sogar noch. Fange ich erstmal hier mit dem Lieferumfang an. Kleines Paketchen habe ich euch schon gezeigt. Hier eine schöne Tasche. Normalerweise ist das alles ein Beiwerk, rede ich nicht großartig drüber, aber hier haben die sich echt Mühe gegeben, denn hier ist im Reißverschluss immer noch so eine schöne Abdichtung drüber. Das heißt, einen richtigen Regenschauer wird das Ganze wohl auf jeden Fall auch standhalten können. Hier die einzelnen Fächer, damit die Filter oder das ganze System nicht aneinander kommt und zerkratzt. Und nimmt auch nicht viel Platz weg. Also passt eigentlich so gesehen in jede Fototasche. Magnetfiltersystem. Nun, ich habe mich hier für einen 67er Durchmesser entschieden, denn mein Sigma 16 mm für APS-C und auch mein Tamron 28 bis 75 haben diesen Durchmesser. Und damit würde ich dann natürlich das Ganze gerne ausprobieren. Das Ganze fängt an mit dem ersten System hier. Das ist ein kleiner Schraubmechanismus, der ganz normal wie ein Schraubfilter vorne an das Objektiv drangeschraubt wird. Vorteil der ganzen Geschichte ist, es ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Und auch wenn man nachher die Filter hier draufklickt, ich zeige das hier einmal so drum, hat das genauso eine Dicke wie ein normaler Filter nachher auch. Also nicht, dass ihr denkt, weil einige Fragen habe ich schon mal gesehen, die kamen dann auf. Wie sieht das aus mit der Vignettierung, wenn da so viel draufgeklackt wird und so weiter. Ob nicht noch mehr Verdunklung über die Ecken kommt. Nein, das haben die hier ganz, ganz gut gelöst und ist auch nicht dicker als andere Filter auch. Wenn ihr Verdunklung über die Ecken habt, dann liegt es meistens immer an der Konstruktion der Objektive. Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen, wie gesagt, ein bisschen weniger. Zwei Trägersysteme. Hier habe ich ja das eine schon gesagt. Das kann man auch so durchgreifen, das seht ihr. Und damit kann man natürlich dann diese beiden Filter, zu denen ich gleich noch komme, schön anklicken. Hier haben wir das Gleiche noch einmal, allerdings mit einem, ja, ihr hört es schon, einem UV-Filter. Ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr darüber streiten, ob ein UV-Filter überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Denn die neuen und modernen Objektive, denn die haben ja alle schon den UV-Filter, sag ich mal, mit eingebaut. Also nötig tut es eigentlich nicht. Jedoch darf man einzig vergessen, diese kleine Glasplatte hier vorne, dieser UV-Filter, ist noch ein zusätzlicher Schutz. Das heißt, wenn das mal irgendwas reinfliegen sollte, geht zumindest hier die Scheibe vom Schutz kaputt und nicht das Objektiv selber. Das vielleicht nebenbei gesagt. Beide diese, diese beiden Elemente haben hier ein kleines Gewinde vorne und die können wir dann jeweils, in diesem Falle 67 mm, an das eine oder vielleicht auch an das andere Objektiv dranschauen. Wenn ihr sagt, ihr wollt den UV-Filter trotzdem dann haben, könntet ihr den theoretisch hier noch dran klicken, aber es wackelt und ist dafür nicht gedacht. Also das sind die Trägersysteme, wo wir dann jeweils die Filter dann richtig passend draufklicken können. Kommen wir jetzt zu den Filtern selber. Wir haben hier einen ND 3.0-Filter, einige sagen auch ND 1000, aber die 1000 ist nur die, ja, ich sag mal, das wievielfache man ja dann langsam mal fotografieren kann oder belichten kann in diesem Fall. Also einige sagen tausender ND-Filter, ich sage, das ist ein ND 3.0. Und ich muss sagen, sehr schön gelungen, gerade für den Anfänger unter euch, die bei gutem Sonnenschein nur ein bisschen abblenden, vielleicht einen Wasserfall fotografieren wollen oder wenn es ein bisschen dämmerig ist, schöne lange Belichtungszeiten haben wollen, um ja Wolken ziehen zu lassen, gerade wenn man die Blende nachher geschlossen hat. Da muss schon so ein ND 3.0, also ein 1000-fach Filter auf jeden Fall her. Und ich muss sagen, den hätte ich mir wahrscheinlich auch als erstes gekauft, gerade im Bereich als Anfänger, um damit viel herum experimentieren zu können. Wie gesagt, in der Videografie arbeite ich eigentlich mit anderen Filtern. Da habe ich eher, so wie jetzt hier zum Beispiel drauf, einen 8-fach Filter, um möglichst offene Blende zu haben. Auch 32er oder 64er Filter kommen bei mir auch in Einsatz. Aber wie gesagt, sind auch feste Filter. Hier zum Fotografieren der ND 1000 bzw. ND 3.0. Ein ganz wichtiger Filter und den habe ich schon relativ früh schätzen gelernt, auch in der Videografie, ein sogenannter Polfilter. Auch den können wir hier nahtlos draufklicken. Der ist auch nicht dicker oder dünner, war doch ein bisschen dicker als der Graufilter, ist er auf jeden Fall. Der Polfilter ist dafür da, dass es Spiegelung wegnimmt, sowohl auf Wasser, auch auf Glasscheiben. Ich weiß nicht, ob es auf richtig Metall funktioniert. Ich habe mal gelesen, auf Metall soll das nicht funktionieren. Als kleines Beispiel habe ich kurz ein Video gedreht. Ich habe meine Autoscheibe mal anfixiert und drehe jetzt mal am Polfilter. Und da könnt ihr sehen, dass die Spiegelung, dass die Wellen oder die Lichtwellen eben da nicht durchkommen. Und damit ist die Spiegelung weg. Diese Art von Spiegelung kriegen wir auch nicht mit der Bildbearbeitung mit Lightroom oder Photoshop weg. Das ist ja Licht, was wirklich auf den Sensor trifft und das können wir nachträglich auch nicht mehr wegbekommen. Das geht halt nur mit so einem Polfilter. Auch der Himmel wird wesentlich kontrastreicher, weil wahrscheinlich ist da auch eine viel Spiegelung oder Luftfeuchtigkeit irgendwas, wo das Licht durch muss. Und ja, da kann man auch erkennen, gerade wer viel in der Landschaft unterwegs ist, so ein Polfilter holt eben noch mal ein bisschen mehr Knackigkeit und Kontrast im schönen Himmelbereich auf jeden Fall raus. Deswegen finde ich diese Kombination eigentlich sehr, sehr gut gelungen. K&F hat es gut gemacht. Das Ganze ist sehr schön und hochwertig auch gut verarbeitet. Ich habe sehr stark reingekroppt in die ganze Geschichte, um zu gucken, ob es da irgendwelche Unschärfen gibt. Das hatte ich eine Zeit lang mal gehabt. Früher, als ich angefangen habe mit den ersten Filtern, da habe ich festgestellt, dass so ein Filter, wenn er ganz, ganz schlecht verarbeitet ist, sogar zu Unschärfen führen kann. Das habe ich hier definitiv nicht festgestellt. Und wie gesagt, auch mit der Vignettierung fällt hier nicht mehr ins Gewicht als mit anderen Schraubfiltern. Auch im Gegenteil, ich finde sogar, das ist noch ein bisschen schmaler. Auch wenn es nur ein Mühe ist, aber es ist auf jeden Fall schmaler. Dann hatten mich einige irgendwann mal gefragt, du Michael, was machst du eigentlich, wenn du den Filter nicht so richtig drauf kriegst oder das ist dreckig? Kann man das nicht besser ölen oder schmieren? Nein, ich möchte euch gerne den kleinen Tipp geben. Tut das auf keinen Fall. Alles an Staubanschlüssen oder wenn man am Strand oder so kleine Körner, Sand, wie auch immer Dreck ins Gewinde reinkommt, nehmt einen Blasebalk oder pustet das weg oder macht das mit einem Pinsel weg. Auf keinen Fall ölen oder schmieren. Erstmal kann Öl oder irgendwelche Stoffe dann auf die Linse kommen und dann Prost Mahlzeit beim Putzen. Das ist keine gute Idee. Und vor allen Dingen, wenn ihr das schmiert oder ölt, alles was an Dreck dann noch dazu kommt, das haftet an diesem Schmiermittel. Und dann wird es noch schlimmer und ihr schraubt das womöglich noch irgendwie ins Gewinde mit rein. Also bitte nur frei pusten oder mit dem Pinsel wegarbeiten, ja. So, ich würde sagen, rundum bin ich mit diesem kleinen süßen Paket sehr zufrieden. Also nicht nur für den Anfänger und auch für den professionellen Fotografen oder Videografen oder wie auch immer. Es ist klein, leicht, gut transportabel und der Preis geht meiner Meinung nach absolut in Ordnung, ja. Dann würde ich sagen, das war es für heute und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Und jetzt muss ich mal in die Tür. Ich glaube, da hat jemand geklingelt.